ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcraft so jetzt geht es wieder in die luft wir hatten ja nun letzte woche die panzerkette wieder am start und davor hatten wir was maritimes wir wechseln ein bisschen durch und ich weiß die luftwaffenspezialisten von euch die sehen sich ja immer nach irgendwas was am himmel über deutschland oder über einem anderen kriegsschauplatz stattgefunden hat jetzt haben wir was ausgegraben und zwar wollen wir uns heute mal mit den sturmjägern befassen wenn man bei google sturmjäger eingibt dann findet man leute die stürmen hinterherjagen das ist natürlich nicht richtig bzw für google ist das sicherlich richtig aber wir unterhalten uns heute über sturmjäger im zweiten weltkrieg und zwar sind das keine ramjäger da gibt es nämlich einen großen unterschied die sturmjäger waren schwer bewaffnete jagdflugzeuge vom typ fockewolf 190 die auch noch als zusatz bewaffnung die mk 108 also die 30 millimeter kanone zweimal hatten und durch diese extrem schwere bewaffnung zum kampf gegen feindliche bomber eingesetzt wurden so und wie diese sturmjäger gegen amerikanische bomber verbände eingesetzt worden sind da gibt es mehrere berichte ein bericht haben wir uns rausgesucht das hat der martin für uns einmal aufgearbeitet und dazu haben wir dieses video gemacht damit man mal diese rubrik sturmjäger versteht was da passiert ist wie die verluste sind und wie sich das alles zugetragen hat also finde ich wieder ein super spannendes thema mir war immer bekannt ramjäger kamikaze in die bomber rein und dann stürzen wir ab auch wahrscheinlich ganz oberflächlich jetzt dargestellt von mir aber die ramjäger behandeln wir noch mal extra wie gesagt heute geht es um die sturmjäger so bevor wir gleich loslegen mit dem video noch mal werbung in eigener sache der eine oder andere hat es mitgekriegt auf unserem englischen kanal world war two diaries so heißt er machen wir schon seit längerer zeit die tagebücher von rudolf in englisch jetzt fangen wir an da technische videos auch zu zeigen und wir wollen natürlich in diesem internationalen vergleich mit anderen historischen kanälen fuß fassen ich würde mich freuen wenn ihr mal auf diesen kanal rauf geht vielleicht ein abo da lasst oder mal das eine oder andere video anklickt damit der algorithmus sich setzt und das internationale youtube die internationale youtube welt feststellt okay da sind auch noch andere die können auch noch ein bisschen was also müsst ihr nicht würde mich aber freuen damit wir das ein bisschen hochleveln und die sichtbarkeit verbessert so jetzt wieder aber zurück zu den sturmjägern und jungs ihr wisst ich bin kein luftwaffenexperte wenn ich jetzt in diesem intro was falsch gesagt habe und nicht die genaue bezeichnung von der focke wolf richtig erklärt habe seht's mir nach ich bin nur der blöd mann der hier vorträgt nein luftwaffe ist einfach nicht mein ding schreibt es gerne in die kommentare kommt ein fehlerteufel ansonsten seht's mir nach los geht's so freunde nicht wundern wir beginnen mit einem zitat was spielt es für eine rolle wen interessiert das noch warum sollte sich irgendjemand der damals noch ein kind oder gar nicht geboren war für das interessieren was an diesem tag geschah ich werde meinen schluck scotch mit wasser trinken und zu bett gehen wenn ich einmal gegangen bin wer soll dieses geschehen eines zweiten blickes würdigen so ist das leben so ist der tod carl solian verfasste mit diesen zeilen seine antwort auf die frage nach jenem verhängnisvollen tag im september 1944 solian war pilot der achten us army air force und wurde am 27 9 1944 mit seiner consolidated b24 also der fourth world made so hieß das flugzeug an der hessisch-tyrischen grenze abgeschossen den einsatz überlebten lediglich fünf der zehn besatzungsmitglieder bei einer wolken situation über den britischen flugplätzen mit 70 prozent bedeckung starteten 238 viermotorige bomber und 198 p51 mustangs als begleitjäger die achte us amerikanische luftflotte wollte mit den b17 fliegenden festungen ihrer first bomb division ziel in köln vernichten die second bomb division sollte mit ihren b24 befreiern unter anderem die werksanlagen von henschel und sohn in kassel ausschalten die third bomb division bekam angriffsziele in ludwigshafen und mainz zugeteilt die sie mit ihren b17 bekämpfen sollten auch wenn sich üppige wolkenformationen über dem reich erstreckten die sich zwischen 600 und 3000 meter befanden war die sicht in größerer höhe an diesem mittwoch vormittag sehr klar wahrscheinlich führte ein faux pas des gruppenführers captain john h chilton beim navigieren der 445 bomber gruppe der second bomb division dazu dass sich die gruppe verflog ihr primärziel in kassel nicht angreifen konnte und ihre tödliche fracht auf einem kaum besiedelten gebiet südwestlich von göttingen niederregnen ließ das sekundärziel der rangierbahnhof göttingen blieb unbehelligt chilton führte die gruppe nach süden um dann den rückflug mittels einer rechtskurve auf nordwestlichem kurs nach england anzutreten für die amerikaner sollte dieser einsatz als milk run abgeschlossen werden dies stellt einen akt dar der kein aufsägen erregt und ungefährlich verläuft weit gefehlt denn die fehler beim navigieren kosteten der bomber gruppe den geleitschutz und die mission entwickelte sich zu einem der verlustreichsten ereignisse am himmel europas während des luftkrieges seit der invasion in der normandie veränderte sich vieles zugunsten der alliierten für die amerikanischen luftstreitkräfte konnte man konstatieren dass mehr flugzeuge produziert wurden als man von england aus in die bombardements einbinden konnte so hatten die maschinen keinen tarn anstrich mehr glänzten und konnten dadurch mehr bombenlast aufnehmen auch der geschützturm an der unterseite der b24 liberator wich den amerikanischen piloten war aufgefallen dass sie im sommer 44 unzählige einsätze fliegen konnten ohne auch nur ein einziges flugzeug der luftwaffe zu gesicht zu bekommen lieutenant william s bruce aus gilford connecticut hielt im jahre 1987 seine erinnerung an die kassel mission auf papier fest er diente am 27 september 1944 in der 445 bomber gruppe der achten us army airfleet air force also die siebenhundertste staffel als pilot einer b24 liberator mit dem namen bonnie v und beschreibt diesen einsatz wie folgt drei uhr 27 september 1944 einsatz kassel deutschland zu dieser stunde standen wir auf um zu frühstücken und begaben uns dann zur einsatzbesprechung unsere tanks waren voll bis oben hin daher wussten wir dass ein ganz langer flug werden würde die maschine war voll beladen mit 1000 pfd bomben und so viel kaliber 50 maschinengewehr munition wie wir nur unterbringen konnten wir standen einige zeit auf der startbahn und warteten auf besseres wetter und endlich befanden sich alle 37 maschinen in der luft wir flogen einen kurzen zeitraum über die nordsee ins feindgebiet dann der lange flug tief nach deutschland hinein soweit ich mich erinnern kann war der himmel dicht bewölkt und wir würden unsere bomben nach radar oder pfadfinder maschinen das waren mit radar ausgerüstete maschinen die uns bei schlechtem wetter an das ziel heran führten abwerfen es bestand einige verwirrung über das genaue ziel doch schließlich setzten wir zum abwurf an und warfen unsere bomben ab tauchten 500 fuß hinunter und flogen in richtung england zu diesem zeitpunkt hatten wir es nur mit der flak zu tun nach kurzer zeit sahen wir wie es schien unseren eigenen p51 geleitschutz den wir den ganzen morgen über nicht gesehen hatten es waren jedoch zu viele so dass uns erst spät klar wurde dass es sich um deutsche focke wolf 190 handeln musste und so war es dann auch es war unglaublich wie viele feindliche jäger uns in großen gruppen angriffen sie setzten sich hinter und unter uns und schossen uns in fetzen sie hatten ihr fahrwerk ausgefahren blieben in der formation und behagten uns ununterbrochen mit maschinengewehren und 20 mm schützen wir mussten unser heck und mittleren seiten schützen auf die focke wolf 190 die auf unsere flügel meiner schossen schießen lassen weil wir einfach nicht an diejenigen die sich hinter uns befanden herankommen es war einfach eine hoffnungslose situation es waren einfach zu viele feindliche jäger ich habe mindestens sieben maschinen brennt abstürzen sehen vier aus unserer gruppe und auch mehrere deutsche maschinen unsere jäger waren nirgends zu sehen ich konnte nicht verstehen wo zum teufel sie sein konnten unsere maschine die bonnie wie war mehrmals getroffen worden zwei motoren brannten und das innere des flugzeuges war verwüstet die schützen feuerten weiter doch schließlich waren sie alle verwundet oder tot nun war mir klar dass wir in ernsten schwierigkeiten waren dass keine hoffnung bestand dass wir noch länger fliegen könnten ich gab schließlich den befehl zum absprung weil in diesem moment nur noch ein motor funktionierte und das auch nicht besonders gut ich bat meinen co-piloten mein sicherheitsgurt los zu schnallen er absprang als er gerade aufstand um das zu tun wurde er von einer geschützgranate mitten durchgeteilt in diesem augenblick wusste ich mit sicherheit dass dies das ende unseres fluges war die rechte tragfläche wurde von einem deutschen jäger gerammt und abgerissen dann explodierte die linke tragfläche und nur der rumpf blieb übrig wir befanden uns in 19.000 fuß höhe dann muss wohl der rumpf explodiert sein denn das nächste woran ich mich erneut ist dass ich von der maschine weg war und furchtbar starke schmerzen hatte ich habe meinen fallschirm aus mehreren gründen nicht geöffnet erstens weil ich brannte oder weil ich zumindest glaubte ich würde brennen zweitens weil ich glaubte die jäger würden auf mich schießen drittens war ich ziemlich benommen und mit blut besudelt war nach einem zeitraum der mir wie eine ewigkeit vorkam sah ich einen bauern der seinen acker pflügte und zog die reißleine der fallschirm öffnete sich und ich landete nach vier bis fünf sekunden in einem sehr hohen baum mein rechtes bein hing um ein ast es dauerte eine ganze weile bis ich mich aus dieser haltung lösen und von dem gut 15 meter hohen baum herunterklettern konnte daraufhin fiel das was noch von meiner maschine übrig geblieben war nicht weit von mir entfernt in den wald zusammen mit anderen teilen wodurch ein großer waldbrand entstand offensichtlich hatte niemand meinen fallschirm gesehen doch ich hörte laute schreie wahrscheinlich wegen des feuers mehrere hunde knurrten mich an wurden aber von ihrem herrn zurückgerufen ich koche etwa zehn stunden lang durch die bäume und an einer steinmauer entlang ich ein haus fand nunmehr wusste ich dass ich schwer verwundet war ich konnte nicht aufstehen war mit blut beschmiert und hatte furchtbare schmerzen ich koche an einem zaun entlang zu einem bauernhaus ein mann und zwei frauen kam heraus und trugen mich ins haus sie versuchten mein gesicht zu waschen und mir etwas milch zu geben doch ich war nicht in der lage zu schlucken ich glaubte sie nahm an ich würde sterben ich selbst war mir nicht ganz sicher ob ich nicht tatsächlich im sterben lag in einem ca 20 kilometer breiten streifen zwischen der automobilstadt eisenach in thüringen und der kurstadt bad hersfeld in hessen stürzten an diesem tag 20 amerikanische b24 bomber in die tiefe denn drei sturmgruppen des jagdgeschwaders 3 ernst udit des jagdgeschwaders 4 sowie des jagdgeschwaders 300 wilde sau durchstießen seit 11 uhr eins den verehrten und unbegleiteten bomberverband sturmgruppen bezeichneten verbände von sturmjägern die mit gepanzerten und durch drei zentimeter kanonen wir reden hier natürlich von der mk 108 schwer bewaffneten focke wolf 190 a8 in begleitung von bf 109 taktisch gegen bomberpulks vorging die taktik war die acht tonne schweren sturmböcke auf circa 150 meter an die bomber zu führen um die bomber zu vernichten aus dem strom heraus zu drängen und in letzter konsequenz den weiterflug durch rammstoß zu unterbinden die 409 sollte durch ihre wendigkeit die begleitjäger in luftkämpfe verwickeln und dass die sturm böcke die bombe angreifen konnten für sie stellte die kaliber 50 munition der amerikanischen bomber keine gefahr dar denn sie war mit panzerplatten über dem motor und panzer glas an front und seitenscheiben den sogenannten scheuklappen ausgerüstet die piloten der sturmjäger meldeten sich ausschließlich freiwillig für diese einheit und leisteten seit dem 17 11 43 feierlich folgendes versprechen erklärung ich habe mich aus eigenem antrieb zur sturmstaffel gemeldet ich bin mir die grundsätze der staffel klar erstens es wird bedingungslos geschlossen auf nächste entfernung an den feind geflogen zweitens verlust im anflug werden sofort durch aufschließen an den angriffsführer ausgeglichen drittens der angriffene gegner wird aus nächster nähe abgeschossen oder falls ein abschuss nicht gelingt gerammt viertens der stürmer bleibt am abgeschossenen gegner bis zur feststellung der aufschlagstelle ich übernehme freiwillig die verpflichtung diese grundsätze durchzuführen und will nicht ohne mein abgeschossenen gegner landen bei verstößen gegen die grundsätze stelle ich mich dem kriegsgericht oder werde aus der staffel entfernt um 10 uhr hatten die sturmjäger des zweiten sturms jagdgeschwader vier in weltshoch startbefehl und pressten ihre fliegenden panzer in die lüfte nach zusammenschluss mit dem stab erste sowie zweiten sturm jagdgeschwader 300 erreichte der vierte sturm jagdgeschwader 3 den verband der jetzt aus 121 maschinen bestand und sich auf südwestkurs befand deutsche abwehr meldete den jägern die position der abtrünnigen 445 bomber gruppe und wies den jägern ihr ziel die 37 liberators kamen circa um 10 uhr 45 in sichtweite und keine indianer konnten ausgemacht werden pauke pauke knatterte der befehl zum angriff vom gefechtsführer dem staffelkapitän oberleutnant c hart über funk zu den gruppenführern die 409 zogen hoch und klärten die höheren luftschichten nach feindlichen jägern auf ab 11.06 donnerten die kanonen der 20 und 30 mm granaten durch die luft die deutschen jäger rieben den bomberverband welle um welle fast vollständig auf das knattern der geschütze und mgs ließ bomber um bomber explodieren flammen und rauchschweife erstreckten sich hunderte von metern weit und bildeten mit den dunklen rauchsäulen der abgestürzten maschinen eine obskure kulisse die unzähligen fallschirme die die szenerie durchdrangen trugen meist nur leblose körper zu boden und die männer die noch am leben waren wurden häufig durch die landbevölkerung gefangen genommen ray lemons war an bord der king kong die mit als erste beschossen wurde und weiß zu berichten meine maschine wurde fast augenblicklich getroffen und fing feuer kurze zeit danach mussten wir abspringen ich befand mich mitten im kampfgetümmel überall um mich herum explodierten granaten flugzeuge brannten und wrackteile stürzten zu erde nach meiner landung wurde ich von zwei bauern mit forken angesprochen und fast im gleichen augenblick kamen zwei sehr junge wehrmacht angehörige und führten mich ab lemons landete bei eisenach aber die king kong flog noch 50 km weiter bis ins hessische braunhausen wo sich die absturzstelle befindet die wölfe der lüfte hatten nicht lange ruhe vor den feindlichen jägern nach 15 minuten kam ein verband aus p51 mustangs von der 361 fighting group zur hilfe und konnte fünf b24 liberator vor dem sicheren truppe waren ihr eintreffen erweiterte den radius des gefechtes stark so kurbelte sich die p51 mit erkennung e9 w vom second lieutenant leo lamp mit der fokkewulf 190 a8 r2 blauer 15 von unteroffizier kalchschmidt bis ins 30 km entfernte siebleben im norden von gotha die fokkewulf 190 war der mustang in reichweite und wendigkeit unterlegen doch kalchschmidt stürzte durch die wolkendecke um seinen verfolger abzuschütteln dann startete er ein abfangmanöver und zog seine maschine nach oben um wieder in höhe zu gewinnen lambs p51 war allerdings viel zu schnell um kalchschmidt auszuweichen und der zusammenprall beendete das leben der jungen piloten lambs sollte im oktober 21 und kalchschmidt im november 22 jahre alt werden wir stürzen uns auf die bomber ohne rücksicht auf ihr abwehrfeuer auch wenn dies noch so stark ist unsere sechs bordwaffen betätigen wir erst wenn das zielflugzeug das ganze visier ausfüllt unsere drei zentimeter kanonen haben eine unheimliche wirkung die aufnahmen mit denen einigen unserer maschine eingebauten zielkameras zeigen dass oft ein einziger treffer genügte um seine fliegende festung zu boden zu schicken auf kurze distanz wenn das feindliche flugzeug schon so nahe ist dass man die gesichter der heck und seitenschützen erkennen kann ist es eigentlich unmöglich das ziel zu verfehlen wer das glück hat nicht vorher getroffen zu werden muss bei so einem angriff fast mit sicherheit einen abschluss erzielen im nu fliegen einem dann flugzeugteile um die ohren tragflächenteile ruder ja sogar ganze motoren berichtete oberleutnant hans martin markhoff aus dem achten sturm jagdgeschwader vier obergefreiter heinz papenberg sechster sturm jagdgeschwader vier schilderte an diesem 27 september wurde unser zweiter sturm jagdgeschwader vier gegen einen starken verband geführt der ganz ungewöhnlich nicht von jagdschutz begleitet war ohne jagdschutz waren diese dicken autos so verwundbar dass praktisch jeder von uns einen abschießen konnte unsere gruppe konnte daher auch annähernd 40 luftsäge melden mein ziel wurde sich mir direkt an ein bomber der ein klein wenig von den anderen abgekommen war ich flog an um ihn aus nächster nähe abzuschießen und drückte auf den knopf und abzug für die bordwaffen kein mucks ich versuchte es noch ein zweites mal wieder nichts da dachte ich an das versprechen das ich vor meinem einsatz gegeben hatte und beschloss ihn zu rammen ich sehe noch das entsetzte gesicht des hex schützen der sich mit einem sprung in das vorderteil seines flugzeuges zu retten versuchte im nächsten moment zersäbelte meine linke fläche sein seitenleitwerk durch den anprall wurde allerdings meine tragfläche so beschädigt dass sie die maschine nicht mehr tragen konnte und ich geriet ins trudeln für ein paar augenblicke war ich entschlossen zu sterben wenn ich die maschine aus eigener kraft nicht mehr herausbringen könnte ich drückte den knüppel fest nach vorn ein mittel das uns unser fluglehrer bei der fliegerausbildung empfohlen hatte um aus dem trudeln herauszukommen gleichzeitig drückte ich den knopf zum abwerfen der kabine aber die öffnete sich nur ganz wenig mit letzter kraftanstrengung gelang es mir sie mit dem kopf aufzustoßen dann riss es mich aus der kabine heraus wobei ich aber gegen das seitenleitwerk schlug und mir die beine brach dann verlor ich das bewusstsein als ich wieder zu mir kam befand ich mich in circa 200 meter höhe im freien fall ich musste also ungefähr 6800 meter durchgefallen sein allerhöchste zeit den fallschirm zu ziehen zu boden kam ich auf einem zaun in einem wiesengelände in der rhön wo ich dann ausgestreckt auf der fallschirmseite liegen blieb mit schmerzen in den beinen und blut überströmten linken arm ich war entsetzt über meinen zustand und wollte mir erst eine kugel durch den kopf jagen aber dann kamen einige französische landarbeiter an die mich zu einem nahegelegenen bauernhaus brachten nur wenigen fliegern die an einer der schwersten luftschlachten zwischen amerikanern und deutschen teilgenommen hatten wurde das glück zuteil nach diesem gemetzel noch am leben zu sein von den 118 air force angehörigen die an diesem tag ihr leben lassen mussten fielen elf nach ihrem fallschirmsprung der lynch justiz zum opfer 121 amerikaner gingen in deutsche kriegsgefangenschaft und die air force verlor 30 b24 bomber sowie ein jagdflugzeug vom typ p 51 auf deutscher seite fanden 18 piloten und sieben unbekannte den tod 29 jagdflugzeuge der luftwaffe wurden zerstört die beiden erfolgreichsten deutschen piloten dieses tages waren ernst schroeder mit zwei und leutnant oscar rom den kennen wir ja schon mit drei vernichteten liberators die beiden stürmer feldwebel gerhard met und feldwebel martin brunott verloren ihre mit reichsverteidigungsbändern gekennzeichneten fockewolf 190 a8 r2 und ihr leben in der gerstunger flur feldwebel met war noch ausgestiegen hat aber dann den schirm nicht öffnen können da ein unglücklicher treffer ihm das stahlkabel der reißleine zerstört hatte berichtete oberst hans martin markhoff als er damals 23 jährige navigator frank j bertrams mit dem fallschirm in einem wald bei friedlos landete nahm der zwölfjährige walter hasen pflug und eine gruppe von jugendlichen ihnen gewahrsam an der aufschlagstelle an der die führungsmaschine von captain chilton zerstellte ziert heute ein fliegerdenkmal den wald und mahnt uns des unvorstellbaren leides und der grausamkeiten sie wurde am ersten august 1990 mit überlebenden und angehörigen aus den usa sowie deutschlands eingeweiht und er nennt namentlich an den tod aller 136 jungen männer die an diesem tag fielen seit der eröffnung der wahrscheinlich einzigen deutsch amerikanischen gedenkstätte finden jährlich überlebende und angehörige der gefallenen zusammen in lokalen zeitungsartikeln findet man zeilen wie seit 1990 kennen sie sich und sind freunde geworden aus feinden wurden freunde und zwei ehemalige kriegsgegner die sich erbittert bekämpft haben reichen sich zur versöhnung die hände aber auch das lied vom guten kameraden erklang als oberst bradley s dennison mit soldaten der us luftwaffe seite an seite mit fliegerveteran herbert thomas dem vorsitzenden des jagdkreises west grenze am mahnmal für die opfer der luftschlacht auf deutscher und amerikanischer seite niederlegten die gründung der gedenkstätte wurde vom örtlichen chronisten walter hasenflug und vom kriegsveteran frank j bertrams initiiert sie waren es die mitte der 80er jahre zeitungen und überlebende aufspürten erlebnisse sammelten und die informationen bündelten der versuch dass sich die ehemaligen gegner versöhnen konnten war erfolgreich so vorne ganz wichtig es gibt was neues und zwar haben sich die kanalmitgliedschaften geändert ihr könnt den kanal jetzt unterstützen als kanalmitglied für 1,99 oder als barkhaftsfreund für 4,99 oder als barkhaftsförderer für 9,99 natürlich hat jede stufe seine goodies und ich würde mich freuen wenn der eine oder andere von euch den weg dahin findet vielen dank ich freue mich euch 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 ihr euch euch